Yo, yo Leute, was geht ab? Hier ist KorkerchanTV mit Wolfenstein. Der Blick von dem her grad. Was ist denn das für einer? Guten Tag! Du Huren! Du Huren! Ja, Prügel Huren ins Maul! Definitiv hat er den Schädel gebrochen. Ich hätte mal eine Eckszene rausgehauen. Lass uns doch mal glauben, mein Freund! Ja, jetzt wirst du mir zu! Wo ist denn der? Schläfst du? Bist du müde? A toast to Hans! The greatest Nazi soldier alive! Ja! To Hans! Hi! Da ist bestimmt ne Kamera drin, oder? Kann ich mir vorstellen, ne? Ach, das ist wieder hier rauslatschen. Was ist mit dir? So viel gesoffen? Meine Frau hat mich verlassen. Ich war in der Kabine, bin ich fremd gegangen. Ich wollte das nicht, aber... Der Mann! Er hat nicht. Okay, äh, erzähl mir ne andere Story lieber. Bitte kommen sie zurück. Was? Ich, ich, ich steh auf sie. Ne, ne, pff! Ihr geht ein. Der feiert ein bisschen. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Der Hans! Ja, er lebt noch. So hat das ganze Ding angefangen. Don't ever touch me again! You understand? Nein! What are you doing? Move along! Or you'll regret it! Was bist'n du für einer? Du, dich hab' mal damals auf die Schnauze gehauen, einen Pranger gestellt und ordentlich durchgewichst. Ich versteh' dich echt nicht. Ich versteh' dich echt nicht. Hast du notest? There's something wrong with General Zeta. This town of yours, Eisenstadt. It's unlucky. I can feel it. Give your fill the hands off something that I did. Hihihihihi! Das ist Roni! Das ist ein hässliches Gesicht, eh! Das ist Roni! I know exactly what you're thinking, BJ. But we couldn't save that man. There are too many Nazis here. We'd have been gone down the moment we tried. But wait. Das sieht echt... ...aus wie... Guten Tag, BJ. What brings you to the Raven's Nest? I hope it involves killing huge amounts of Nazis. Hey! Come over here! Nee, ich will mal gucken, ob der irgendwo hier Geld versteckt hat, oder so. Hey, you! Over here! No. Hey! Come over here! Come over here! Come over here! Hey! Come over here! Hey! Hey! Come over here! Hey! 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 Was ist, du einäugiger Bandit? Super. Ich freue mir echt einen Keks, dass du soweit denken kannst, aber keine Lust. La, la, la. Was suchst du mich eigentlich, was du mir erzählst? Du lügst doch eh, bist du, bis hinten durch, ey. Habe ich mit hinter der Decke stehen? Gefällt mir. Nein, nein, ich gebe ein Aus, freier Ausbier. Du, ich gebe es mir draußen, es geht ja her, ich nehme die Flotte hier mit. Nimm nichts. Du für ein Vogel. Ich habe meine Mama nie geliebt. Wurde immer von meinem Papa in... Ach, gefickt. Ja, das kann ich mir vorstellen, mein Freund. Hallo? Don't ever touch me again, you understand? Er lebt denn, der alter Rolls, Michael. Oh, er lebt denn, der alter Rolls. Da haben wir den Schwuchtel, Ronny. Gehen wir mal raus. Ich war heute eh das letzte Video mal, also von Wolfenstein. Ich will nämlich gucken, dass ich bis zum 20. Wolfenstein fertig kriege, weil es hat eh keinen Sinn hat, wenn da ein neuer Teil kommt. Und ich habe das eine Spiel nicht fertig. Ich habe das eine Spiel nicht fertig. Ich habe das eine Spiel. Ich habe das eine Spiel. Es sind anscheinend Abkürzungen jetzt, soweit ich das weiß. das waren ich mal kurz ob man mit select auch mit select kann ich wiederholen naja die waffe ist ja fast komplett aufgepanscht statistisch tomes gucken wir mal kurz ob es tatsächlich ein video gibt und dann steht wolfenstein wolfenstein farm thomas gold intel and thomas aber nebenher kann ich uns ja zum gewissen standort bringen wenn ich weiß wo wenigstens das thomas ist das ist mir sowas von egal lustige titelmusik jetzt habe ich nicht aufs video noch geguckt moment zurück bitte zurück jetzt hängt das video nicht mehr bedanken du lab du spart label er du spinalkopf gib 2 2 tems echt er mal das war jetzt zu schnell ok muss ich dann nochmal gucken wua 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Irgendwie werde ich das schon finden und ich hoffe mal schnell genug Es ist so schön Es ist ein Rettungsgeruch, in und out. Es ist etwas passiert hier, und sie wollen niemanden herausfinden. Es ist ein Rettungsgeruch. Es ist ein Rettungsgeruch, leider. Hier weiß ich, dass es Gold ist. Woher nur? Es ist ein Rettungsgeruch. Ist das erster Totem? Oder Thomas? Wir bleiben mal kurz hier stehen. Wobei. Hat sich ja eh schon eigentlich erledigt bei den Huren. Wenn man die so platt gemacht hat schon. Da wird eh eher mehr gezeigt, wo das ganze Gold ist. Und ich denke mal eh, dass es irgendwann am Ende ist. Gold, Intel und Intel 1. In dem Haus. Aber die kannst du nicht machen. Da ist Intel und da ist auch... Da kriegen wir dann auch noch eine andere Waffe. Und das ist dann auch da. Ich will eigentlich nur wissen, wo das Totem ist. Gold 7. Geht ja. Ich weiß nicht, weil wenn ich die MPP lang bin, ist dann schon bunt hart. Dann freue ich mich jetzt schon sowieso. Geht. Geht. Das ist ja der Der Höllenfuchs Acht, neun Ich weiß wo es zehn Elf ist Zehn Mann Das möchte ich doch alles gar nicht Oder was auch immer Acht, oh hier Hier, wenn man da raus Der Weg Hier hoch Hier hoch Ok, das weiß ich keiner Aber definitiv Aber definitiv Der Weg 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 Ja... Hier ist einmal das zum... zum lesen? Dann ist einmal hier was und hier sollte der Geldkoffer sein. Weil bei den anderen weiß ich das jetzt nicht mehr wirklich. Und wir können sowieso kurz mal hier einen Schnitt reinmachen. Das wir zu lange brauchen nämlich. Bleib. Weil er nicht hochgehen kann. Okay. 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 Ja hier. Ja. 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 Ja.